Die Station Corse Das Schiff identifiziert Nein, Sir, aber die Nummer steht auf der Beobachtungsliste für Fregator Industries Informieren Sie den MI5, wir haben eine unmittelbare Bedrohung Meine Herren, was wissen wir? Nichts Handfestes, die Spezialabteilung sucht nach bekannten Personen Aber wir werden für Stufe 1 Bedrohungen einen SAS-Einsatz empfehlen Stellen Sie mich nachher von durch Ma'am, meines Wissens erwarten unbekannte Feinde eine Lieferung Wir schicken Ihnen mögliche Einstiegspunkte Zu Ihrer Information über die Lieferung ist zur Zeit nichts bekannt Roger, mein Team macht sich bereit Wir sind innerhalb der nächsten Stunde fertig Keine Sorge, Ma'am Egal was Sie vorhaben, wir halten Sie auf Baseplate, wir sind online, gute Sicht Verstanden, Bravo 6 Bei den Docks stehen mehrere Trucks von Charity Worldwide Wir halten Sie momentan für Ziele Auch eine Art wohlfältige Arbeit zu tun Die Trucks verlassen jetzt die Docks Wissen wir, was Sie geladen haben? Den Geheiminformationen zufolge kommt die Lieferung von wichtigen Zielen aus Übersee Achtung, einer der Trucks ist noch an den Docks Warum versenken wir das verdammte Ding nicht mit einem Specter im Fluss? Zu wichtig, Bravo 6 Walchers Vögel geben vorerst Deckung aus der Luft Bringen wir die Sache einfach hinter uns Wir haben Wärmesignaturen in den Lagerhäusern Sie müssen diese Gebäude sichern, bevor sie an den Truck gehen Mein Team übernimmt Lagerhaus 1, Bravo 9 das andere Bank plate, unser Fenster schließt sich schnell, wir sind bereit Verstanden Alle Teams grünes Licht, die Mission kann beginnen Okay Leute, das ist das Lagerhaus vor uns Bernds, wir suchen, du räumst auf Feuerfreigabe, Gasse gesichert, vorwärts Da sind noch zwei drin, dann leg sie schlafen Bravo 9, zwei in der Tür, verstanden Zwei Ziele, die Gasse runter, 10 Meter Echminieren Gasse gesichert Geh nach Bereit Okay, am los Raum sicher Hier, die Treppe hoch Da vorne bewegt Ganz, vorgehen Da sind noch welche hinter der Ecke Raum sicher, Bravo 6, hier ist Sierra 1 Bewege auf, ein dem oberen Geschoss, das Gebäude ist Ich schieze Beweigabe für alle Aus dem Bereich ist sicher Das Erste Aus dem Bereich ist sicher Die, die in der Zukunft Die, die in der Zukunft Erste Bewegung Erste Bewegung Erste Bewegung Erste Bewegung Erste Bewegung Was ist das? Okay, Rangbereich sicher. Der Laster ist leer. Was ist mit den anderen? Bravo 6, Vorsicht! Feinde auf dem Weg! Mein Schiff vor eliminieren! Verschuldigung! Ziel wird angewiesen! Verschuldigung! 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 Im Randflug zum Angriff! Verschuldigung! Verschuldigung! Bogorl. Ich drehe eine Runde. Angriff. Ich drehe mich in die U-Bahn zurück. Faceplate, Feinde laufen in die U-Bahn zurück. Verstanden. Walsher 2-2, die nächsten Haltestellen überprüfen. Finden Sie aus, wo Sie hinfallen. Walsher 2-2, Sie erhaftet. Walsher 2-2, Sie erhaftet. Walsher 2-2, Sie erhaftet. Der Québec in der Hauptbahn. Walsher 3-2, Sie erhaftet. Wir kommen zum Zug, nach rechts, nach rechts! Bewahnsinnig knapp, Kollege! Klappe! Wir sehen es auch noch. Geht das etwas ruhiger? Rage, Rage! Wir verfolgen die Beine durch den Tunnel. Wir müssen das, wo sie ihn wollen! Bravo 6! Alle Metro-Auskünder von ihrer Position aus liegen hinterstatten. Auf Waffen! Auf Waffen! Vorwärts, an die Zivilisten! Weiterruf! Wunsch im Teufel, sind Sie! Position ermittelt, aber das Ziel, Träume rein! Warum atmet der Zugführer noch? Ah! Keine Sicht auf das Ziel! Diese Sprecke führt direkt nach Westminster. Wir müssen das Ding aufhalten! Sofort! Aufwärts! Ich bin die Zugführer! Heri! Nou! Ballau auf unten! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020